ja ein herzliches willkommen zurück zu ww2 city is for my ashes wir waren ja in der letzten folge hier stehen geblieben haben ja die bombe gefunden haben es gedacht wir kommen hier nicht mehr raus aber wir durften dann doch die tür kaputt schlagen oder das schloss ja jetzt haben wir natürlich noch paar aufgaben wir haben nämlich gesamtfortschritt erst mal 46 prozent nur ich habe jetzt mit absicht die mein augenmerk auf die nebenziele und auf die extra ziele gesetzt weil ich die natürlich fertig haben möchte klar hätte ich einfach auch die hauptziele schnurstracks abarbeiten können wollte ich aber nicht weil ich mir einfach gedacht komm wir holen uns die prämie mit so jetzt ist es halt so dass nebenziele weg sind und wir noch die extra ziele haben das muss ich natürlich mal überlegen säubere den bereich 100 prozent dekoriere den bereich wie wollen wir denn den dekorieren gucken wir mal straßenschmuck brauchen wir metall 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 ja mein mein husten ist auch wieder am point so 30 metall herstellen so was wollen wir noch machen wir diese uhr was brauchen wir dafür 6 metall herstellen komm wir machen hier einfach mal 6 insgesamt was brauchen wir für hier holz brauchen wir noch mal so holz sagt getrant ja nee getrant brauchen wir nicht unbedingt briefkasten wäre cool herstellen bank was nehmen wir denn da will einmal bräuchten wir noch kommen nehmen wir das hier sagt 4 das sind so unsere objekte die wir jetzt haben und jetzt fangen wir einfach mal an das ganze bisschen zu dekorieren in dem jetzt mal die 1 und platzieren hier auf jeden fall erstmal kosten da hinten und wir bleiben erst mal auf der seite hier passen wir noch nur an so dekoriere den bereich ja welchen bereich denn weil du was meint er damit dekorieren gut wir könnten noch pflanzen machen gut 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 ich hoffe das reicht jetzt gut 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 die fahne machen wir die fahne machen wir jetzt einfach so und hier machen wir eben eine bank jetzt hier und 15 prozent ok was ist das jetzt hier und dann machen wir die fünf okay okay so können wir es eigentlich lassen jetzt gehen wir einmal hier unten drunter und dann können wir hier mal okay Mhm. Warte mal, können wir das irgendwie hier säubern hier? Nee, damit nicht. Guck mal, es zeigt uns an, dass wir das noch einsammeln können, also muss das ja auch noch irgendwie Schrott sein. Tatsache. Hm. Okay, warte mal, versuchen wir jetzt mal. Oh, geht das jetzt hier nicht? Okay, dann verkaufen wir das halt. So, dann setzen wir aber die Bank hin. Das wird ja wohl hoffentlich klappen, oder? Und die Uhr. So, die Uhr machen wir. Interessant, geht nicht. Lol. Okay. Machen wir das hier mal? Geht das? Ja. Ja, das geht. Zack. Okay. Mülleim. Zack. Zack. Und der Briefkasten. Kann hier noch hin. Kann hier noch hin. So. Kann hier noch hin. Können wir aber auch nochmal ordentlich hinstellen. Okay. Ähm. Beginnen wir den Power. so. 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 Machen wir das so. Genau. Jetzt brauchen wir Metall. Warte mal. Sek. So. Das ist gut. Okay. Dann machen wir das so. Wir werden das so. 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 Aber. So. Ja. Okay, warte mal. So, zack. Nicht genügend Metall. Da müssen wir Metall holen. Ich weiß nicht, ob Metall reicht jetzt hier. Ich hoffe. Ich hoffe, dass es reicht. Das wird gerade zureichen, ne? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ja, warte mal. Das håll ich hin. Jetzt. Okay, das wird knapp. Mit halbem knapp. Mit halbem werden wir wahrscheinlich nachkaufen müssen. Okay. 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 viele steine brauchen wir jetzt okay dass da wir können wir dienen haben wir echt genug wenn wir was nicht genug haben aber sie bestellen holz ok dann müssen wir erst mal hier kommen holz 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 okay aufgabe abgeschossen war ein weiteres vortag das sieht doch gut aus und können wir jetzt hier wahrscheinlich die uhr mit rein hängen ok dann nicht aber den hydranten kommen wir jetzt hier schon gut sieht doch schon mal auf den fall auch mit bahnhof aus so verkaufen sagt verkaufen verkaufen ja dekoration mäßig weiß ich jetzt nicht was wir da noch machen können herstellen herstellen können wir gucken ob wir die sachen noch aufstellen können beleuchtung müssen wir auch haben scheint so funktionieren so Vielen Dank. Aber warum können wir die Uhr nirgendwo anbringen? Verstehe ich nicht. Kein Plan, woran das liegt. Wo er den mag. Machen wir hier noch eine rein. So. Und dann kommt hier noch was hin. Okay, warte mal so. Und dann haben wir jetzt 62 Prozent. Ich weiß jetzt nicht, was er von uns noch will. Wir gucken uns das mal an. Pflanzen haben wir genug. Bank. Und Licht. Okay. Kriegt er. Kriegt er. So. Wie? Was? Okay. Wie? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir machen jetzt hier noch die Banken. Hier noch so ein Beleuchtungsteil. Genau wie hier noch. Jetzt müssen wir aber nochmal gucken. So, und hier machen wir noch was. So, jetzt gucken wir noch mal. Was fühlt uns jetzt noch? Nicht. So viel Licht kann man gar nicht aufstellen hier. Wir machen jetzt irgendwo noch Licht drin. Das ist mir jetzt was von Schnuppel, ob das gut aussieht oder nicht. Okay. 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 So, zack. Und zack. 100 Prozent. Cool. Dann haben wir auch die Extrasile abgeschlossen. Erstmal. Aber mich stört immer noch das Säubere dem Bereich. Irgendwas fehlt noch. Ich weiß noch mal. Ich weiß noch mehr. Ich weiß noch nicht was. Ich weiß noch nicht was. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, jetzt haben wir es aber So, was brauchen wir da? Ziegelsteine Wir auch Und hier auch So, was brauchen wir hier? Und müssen wir jetzt jede Reihe einzeln machen? So schnell kann es natürlich auch gehen So, was brauchen wir hier? Amen. Okay, karma. Hier brauchen wir Seegesteine. Zack. Hauptziele haben bis vorhin 40% jetzt. Okay. Wie hoch soll denn die Wand werden? Gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Siegelsteine. So warte mal, wir haben nur noch 27 Siegelsteine, ich hoffe das reicht. Bis zum nächsten Mal. okay haben wir jetzt die waren fertig so so warte mal befestige die wand des bahnhofs warte mal irgendwas fehlt auch hier noch okay warum hallo warum macht ihr das ist gerade nicht so was muss ich denn machen hier leute spachtel weiß ich nicht was ich machen soll ok steine steine irgendwas mit steine sagt er jetzt gerade macht er gerade nicht warum auch immer gut ich würde sagen wir machen hier ist mal an dieser stelle den schuss versuchen das in der nächsten folge mal zu machen es gibt noch eine fünfte folge leid aber ja ich will natürlich das ganze auch mal irgendwie fertig kriegen müssen wir mal gucken wenn wir das machen jetzt hier ich glaube hochkommen tun wir hier nicht oder na gut egal wir sehen uns auf jeden fall der nächsten folge wieder bis dahin haut rein und tschüss